Wenn Sie sich scheiden lassen wollen, weil Sie schlichtweg mit Ihrem Ehepartner nicht zurechtkommen, geht nicht. Das reicht nicht. In allen Fällen, wo der Partner sich scheiden lassen wollte, haben wir es gekauft. Sie können Eheverträge schließen in Taiwan, Sie können das relativ frei regeln, was drin steht. Relativ frei. Dadurch, dass in Taiwan einiges Neues gibt, gibt es noch nicht viel Entscheidungen, wo die Grenzen sind. Auch in Taiwan wird es eine Grenze der Sittenwidrigkeit geben. Die dürfte aber in Taiwan sehr, sehr weit sein. In Deutschland ist das brutal, weil da wurden die Frauen nach 40 Jahren Ehe auf die Straße ausgeschickt. Aber gibt es noch nicht in Taiwan richtige Gerichtsentscheidungen zu der Sache? Es ist empfehlenswert, wenn vorher beide Teile größere Vermögensmassen haben, die man nicht vermengen will. Nur eins bei Eheverträgen in Taiwan ist so eine Sache. Die kommen natürlich bei der Frau nicht so übermäßig gut an. Und eine Ehe mit dem Gedanken zu beginnen, was machen, wenn wir uns scheiden, habe ich als konservativer Mensch immer noch ein bisschen so meine Bedenken, ob das der richtige Ansatz ist. Man soll sich überlegen, ob man das wirklich macht. Und dann aber vielleicht auch zu dem Zeitpunkt entscheiden, ich sollte meine Frau nach 40 Jahren nicht wie einen Köder aus dem Haus jagen. Man sollte ihr trotzdem Unterhalt zugestehen, dass er dann trotz allem noch ausbalanciert ist. Man weiß nämlich nicht, wie die Rechtsprechung sich ändert. In Deutschland haben sie 40 Jahre lang diese Verträge gemacht, 40 Jahre geheiratet, ziehe meine Kinder groß, mache die Bude sauber, da kann ich mir die Putzfrau sparen. Und dann am Ende gibt es ja immer noch Sozialhilfe mit 60 Jahren. Das hat zig Jahre in Deutschland funktioniert. 1993 hat der BGH dann irgendwann mal gesagt, das lassen wir nicht mehr zu. Es gibt auch Sittenwidrigkeitsgrenzen. Noch sind die Grenzen in Taiwan relativ weit. Das kann sich in 20 Jahren auch ändern. Deshalb, wenn Vermögensmassen getrennt werden müssen, ja. Dann ist es aber auch empfehlenswert, bei Ausländerbeteiligung das überschaubarere oder das berechenbare deutsche Recht anzuwenden. Hat aber höhere Schutzmechanismen für den schwachen Teil. Das taiwanesische Scheidungsrecht orientiert sich am alten deutschen Recht. Wer hat Schuld? Und der andere darf sich scheiden lassen. Jetzt streiten Sie sich mal mit den Ehemannn und nach zwei Stunden entscheiden Sie, wer Schuld hat. Und jetzt entscheiden Sie sich, wenn die Ehe kaputt gegangen ist, wer von beiden Schuld hat. Und dann wissen Sie, was das für ein Spaß ist. Weil das ist zweiseitig. In 90 Prozent der Fälle, es sei denn, der Mann kloppt. Man braucht verschiedene Gründe, die man nachweisen muss, warum man sich scheiden lassen will. Der berühmteste Fall ist der berühmte Ehebruch. Also Sie müssen wirklich viele Gründe angeben. Diese Gründe sind so harsch, dass eine Scheidung nur unter Ausnahmefällen zulässig ist. Das heißt, die Grenzen sind so eng, dass Sie am Ende, wenn Sie sich scheiden lassen wollen, weil Sie schlichtweg mit Ihrem Ehepartner nicht zurechtkommen, geht nicht. Das reicht nicht. Der kann aber einverständlich, können Sie sich in Taiwan scheiden lassen. Also wenn beide zustimmen, ist das einfach. Aber wenn der eine dagegen ist, brauchen Sie diese Scheidungsgründe, diese Schuldgründe. Naja, und jetzt will der Gegner sich vielleicht doch scheiden lassen, aber der weiß, Sie wollen es mehr. Was macht er? Er lässt sich die Scheidung von Ihnen abkaufen. Das heißt, er sagt hart, ich lasse mich nicht scheiden. Du bist doch unglücklich. Ich bin zufrieden damit. Und Sie wollen weg. Und dann überlegen Sie sich, was Ihnen das wert ist. Aber das ist keine Regel, weil der muss zustimmen. Es gibt die Einverständlichen, die Scheidung gegen den Willen. Naja, das endet dann immer so. Aus moralischen Gründen sagt man in Taiwan, wir können es doch nicht machen. Wir sind doch nicht der Westen. Wir scheiden uns nicht einfach so. Ja, aber das ist das Ergebnis, dass man die Scheidung kauft. Freiwillig natürlich immer. Aber in solchen Beziehungen ist es oft so, dass es so angebrannt ist, dass man das Ziel hat, dem anderen zu schaden. Und in Scheidungsfällen ist die Motivation zu schaden leider so oft. Ich kann ja noch kurz sagen, der berühmte Ehebruch in Taiwan, jetzt werde ich immer, meine Frau ist fremdgegangen, ein kleines praktisches Problem. Sie müssen es nachweisen, es gibt fast nur eine Nachweismöglichkeit. Das ist ein Zeuge. Der einzige potenzielle Zeuge ist nicht besonders aussagebereit. Weil es ist der Geliebte, der wird natürlich schweigen. Deswegen kann man das faktisch vergessen, die Gerichte wissen, dass der Paragraf alt ist. Es wird diskutiert, ob man das deutsche Trennungsprinzip einführt. Und moralisch ist es natürlich, sich scheiden, heiraten, heiraten, scheiden, wo sind wir? Praktisch sind das solche Schmutzkriege, wo der Partner, der darunter leidet, stark beschädigt wird. Was man da bezahlt. Also da kommen sie unter, zwei Millionen, redet da keiner mehr mit ihnen. Das ist so der Tarif. Im Regelfall ist es so, dass wir die Scheidung abkaufen. In allen Fällen, wo der Partner sich scheiden lassen wollte, haben wir es gekauft. Weil der taktisch nicht zustimmt. Freiwillig immer. In Deutschland haben sie aber ein Jahr bei freiwillig, drei Jahre bei einseitig. Beiderseitige Zustimmung und drei Jahre bei einseitiger Scheidung. Das taiwanesische Eherecht ist nicht so ausgeprägt wie das deutsche. Es gibt Unterhaltsansprüche und Sonstiges. Aber das ist in Deutschland sehr austariert. Da gibt es diese Unterhaltstabellen von Gerichten. Bestimmt wer wie viel verdient, muss so und so viel zahlen, was darf man abziehen. Das ist eine Berechnung, die kostet Stunden. Da müssen Sie Fachanwalt sein, um das zu beherrschen. Es ist in Taiwan alles nicht so ausgeklügelt wie in Deutschland. Es gibt solche Rechte, aber es ist viel unsicherer. Es gibt auch nicht mehr die Regel, dass die Frau das Kind nie bekommt. Es geht nach dem Gesetz, nach dem Wohl des Kindes. Was ist für das Wohl des Kindes? Aber was das Wohl des Kindes ist, entscheidet der Richter. Und wenn der Richter 50 Jahre alt ist und im Süden von Taiwan lebt, ist er der Ansicht, der Mann ist immer besser für das Wohl des Kindes. Weil das Wohl ist ein Rechtsbegriff. Ich hatte es sogar einmal erlebt in Tsanghua, dass der Richter zu der scheidungswilligen Frau gesagt hat, Mensch, gib doch erst mal dein Sorgerecht für das Kind ab. Vergleich, kannst du später und nachher beantragen. Nö, das stimmt nicht. Was man aufgegeben hat, hat man verloren. Da braucht man neue Umstände. Der hat bewusst falsch beraten, um den Mann zu unterstützen. Aber theoretisch sind beide gleich. Praktisch. In dem Fall war das einfach so, wir sind mit hingegangen, mit einem taiwanesischen Rechtsanwalt und dort hingegangen, mit der Richterin. Und das war dann wirklich ein ganz komisches Gefühl. Diese Richterin sieht plötzlich, es hat die zwei Ausländer vor sich. Der Kläger ist nur einer. Sofort relativ unwirsch sind Sie da der Kläger. Ich? Nö. Ich bin deutscher Rechtsanwalt. Ja, was machen Sie dann hier? Sind Sie zugelassen? Sehr wirsch, sehr, sehr schnell. Es hat eine Weile gedauert und als wir das dann erklärt hatten, nach über zehn Minuten war dann zu sehen, die war einfach, das war der erste Auslandsbeteiligungsfall. Sie, zwei Ausländer, hat Angst, dass sie Englisch sprechen muss, war überfordert und wusste die Position nicht. Und als wir sie dann höflich um Verständnis gebeten hatten, dass wir, wir möchten Sie nicht stören, das ist eigentlich für das Gericht gedacht, dass sie keinen Dolmetscher braucht und so weiter, hat sich diese Frau ganz immens schnell gedreht, hat kurz aufgeklärt, ich akzeptiere Sie jetzt nur als Dolmetscher, nicht als Rechtsanwalt und Sie sind mir bitte neutral. Sie reden nicht. Wieder dieselbe Bewertung. Und dann war das friedlich und dann ist aus dieser unwahrscheinlich unwirschenden Person eine recht flexible Richterin geworden, um darauf zurückzukommen, was jeder mal kennengelernt hat, die Beteiligung von Ausländern kann Behörden in Taiwan immer mal ein bisschen erschrecken. Die wissen nicht plötzlich, oh, muss ich jetzt Englisch sprechen? Und habe ich jetzt vielleicht noch irgendeine Botschaft auf dem Hals? Das denken die ja auch oder sonst was. Das heißt, die können zu Beginn durchaus erst mal ein bisschen eigenartig reagieren. Einfach, in Taipei sind die Ausländer gewöhnt, aber da wo ich wohne, da bin ich glaube ich der Einzige in der ganzen Region, da unten oder noch zwei, drei weitere. Und die sind dann ein bisschen überfordert und können unangenehm reagieren. Bloß in dem Fall haben wir eine Weile gebraucht, haben das aufgeklärt, haben sie um Verständnis gebeten, Jodim, Paim, Api, und dann war das in Ordnung. Das heißt, oft wenn Behörden unwirsch reagieren, ist es mal gar nicht Feindseligkeit, sondern eine leichte Überforderung. Die wissen erst mal nicht, was das soll. So. Untertitelung des ZDF, 2020